Und wir starten hier? Och nöööö website Achjaaa Wir haben hier den Ääh wo haben wir's denn das blöde Stück Der Beschützer nein Wusste den guck GASMASKE Atemschutz So, hier runter Hier rüber Hier wieder runter Oh, Freund Dass die Karte nicht aufgedeckt bleibt Das ist die Kacke Freund Inventar Antioxidationscode Anruf Was ist da rein? Das ist wirklich am schnellsten Ab Ab Zwei 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 Up. Up. So. So. Auf. So. warum macht ihr auf einmal so viel schaden bin ich irgendwie der ausgang ist hier es unbedingt wieder unterschaffen und zwar so dass wir gewinnen das heißt ich brauche den den ring wenn man jetzt nicht anlegen bis wir durch sind also bis wir rücken wo komme ich denn noch bis dahin haben sie mich das heißt euer walter voll und rein warten auch nicht hin und hier ja und ja ich weiß müsste eigentlich gar nicht alles aufheben vor allem das weiße zeug nicht wo war ich hier der abgrund also so ist ja nicht der abgurte bis hier hierhin springe ich hier einmal wunderschön durch dann kann ich ein zwei schritte weg gehen abfeuern wunderschön noch ein blitz zauber wann war das wieder ein feuerwerk ein ständiger weinschutz postwürfe hier hoch ich habe mich noch nicht mitgekriegt jetzt kriegt er mich mit soll ich aber damit bist du mir egal ich kann einfach da reingehen tschüss irgendjemand treffe ich bestimmt und aneignen potzt mich richtig an jetzt darf ich wieder ein kraut fressen herabsteigen tschüss was zum ob die mir noch einmal einen mitgeben durften hier lassen wir kurz miteinander kämpfen und zuerst das schwierige rätsel dann du 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 ich bin kühler die rätsel noch mal machen bis blöd ich bin kühler die rätsel jetzt auf die andere seite und den blauen übernehmen oder einen der blauen ich nehme den zweiten zauberstab ganz anfangen wir müssen vielleicht mal durchgucken ob wir nicht irgendwas intelligentes neues gekriegt haben vor allen dingen bei den bei haube und füße haben wir noch machen müssen die füße haben auch etwas legendäres ich glaube der schild den wir haben es nix pralles momentan gucken wir mal kurz durch der schild ist ein richtiger dann gehen wir mal die drei millionen gegenstände durch ist sieben intellekt sieben willenskraft also tut man nicht mit plus 1 9 ich auch nicht gucken wo sind nicht brauchen eigentlich nur schild eventuell noch einen anderen normalen feuerstab der schütze kampfstab der schärfe nix und schütteln 16 und schütteln 16 und schüttelt das artefakt der unsterblichkeit ausrüsten weil wir wollen ja hier drin weiterkommen ja wir wissen schon du magst uns nicht eben haben wir noch so feuer 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 tschüss und hier so kurz nicht lang großen verbindungstunnel ja da geht hier rüber ich bin echt gespannt was hier ist ich hoffe wir schaffen das in der halben stunde noch vielleicht wird sie mir auch ein bisschen oh you are mine du gibst mir meine zurück ich glaube ich dann ja da drüben wir machen wo ein ding ein ding in der dinge die da kommen mögen was auch immer dadurch in gang kommt wird wehtun gehört dachte ich konnte hätte doch was übrig gehabt habe ich gesagt es ist nicht leicht hier was nicht leichtsinnig lang laufen jetzt zweimal nach oben und einmal nach unten ist hier ein kleines zimmer wahrscheinlich dauerstab das ist ein kleines zimmer das ist ein kleines zimmer funktioniert wie ich es geplant habe würden müssen offen bleiben lässt sich nehmen und dann noch ein feuer weil meine richtung ist da muss ich wahrscheinlich lang ist ein insta kill nicht ich liebe ich liebe ich liebe